Capelletto, das steht für handgefertigte Staffeleien und über 30 Jahre Erfahrung. Der italienische Hersteller aus Castelfranco verwendet ausschließlich hochwertigstes Buchenholz und fertigt traditionell mit modernster Technik. Dadurch sind die Staffeleien von Capelletto nicht nur besonders stabil und langlebig, sondern sie lassen sich auch leicht auseinander und wieder zusammenbauen. Ob Deko-Staffelei oder Klemmbretter, Tischstaffeleien und Malhocker, Capelletto made in Italy steht für höchste Qualität. Erfahren Sie mehr unter capellettoitalia.it ArtSelect – unsere Marken für Ihren Erfolg.